Was ist der Marschallplan? Was sind die Gründe für den Marschallplan? Los geht's! Der Marschallplan ist ein riesiges Wirtschaftsprogramm der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar für Westeuropa, was noch an den Kriegsfolgen leidet. Der Marschallplan besteht daraus, dass Kredite gegeben werden, aber auch sehr viele Rohstoffe, Lebensmittel und Waren geliefert werden. Westdeutschland bekommt einen ordentlichen Batzen. Aber auch Länder wie Italien, Frankreich und Großbritannien werden sehr stark gefördert. Die USA verabschieden das Programm im April 1948. Die USA leisten insgesamt Hilfe im Wert von etwa 13 Milliarden Dollar. Das entspricht heute etwa 130 Milliarden Dollar. Noch zum Verständnis, der offizielle Name des Programms ist European Recovery Program. Auf Deutsch also Europäisches Wiederaufbauprogramm. Marschallplan nennt man es nach dem amerikanischen Außenminister George Marshall. Warum tun die USA das? Die USA glauben, dass Europa eine gesunde Wirtschaft braucht. Sonst sei Europa instabil. Die Wirtschaft ist nach den USA eine zwingende Voraussetzung für eine stabile Politik und einen stabilen Frieden. Außerdem bahnt sich der Kalte Krieg gegen den Ostblock unter Führung der Sowjetunion an. Der Marschallplan soll helfen, die Staaten in Westeuropa zu stärken, sodass sie gegen den kommunistischen Einfluss immun sind. Theoretisch richtet sich der Plan auch an die osteuropäischen Staaten. Aber machtpolitisch und ideologisch kann die Sowjetunion die Hilfe gar nicht annehmen. In ihren Augen ist der Marschallplan eine kapitalistische Versklavung der europäischen Länder. Also sie lehnt ab. Wie effektiv der Marschallplan genau ist, ist schwer zu sagen, aber der Einfluss ist auf jeden Fall groß. Man kann sagen, der Marschallplan ist die entscheidende Maßnahme zur Stabilisierung Westeuropas. Klaut dieses Zitat und holt euch eine gute mündliche Note ab. Der Marschallplan trägt außerdem auch dazu bei, dass es in den 1950er Jahren ein Wirtschaftswunder in Deutschland geben wird. Super, wir sind einmal durch. Merkt euch nochmal zwei wichtige Punkte. Der Marschallplan besteht aus umfassenden Krediten und Sachlieferungen an Westeuropa. Bedeutung, wirtschaftliche und politische Stabilisierung vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Hi, hier ist Nico von SimpleClub. Du schreibst bald eine Klausur. Mit der SimpleClub App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.